Noch ist nicht wirklich klar, ob sich Roland Koch mit seiner Jugendkriminalität tatsächlich durchsetzen kann. Aber ob Ihr Kind sich mit Kriminalität und blanken Fäusten durchschlägt, das können wir Ihnen jetzt schon verraten. Deshalb jetzt für Sie hier unsere Service-Ecke, die Top 1, 2, 3, 4, 5! Die Top 5 Anzeichen, dass Ihr Kind kriminell ist. Platz Nummer 5. Es hat jeden Tag ein anderes Nummernschild an seinem Dreirad. Platz Nummer 4. Wenn Sie es fragen, was es heute im Kindergarten gemacht hat, möchte es erstmal seinen Anwalt sprechen. Platz Nummer 3. Sie zahlen Ihrem Kind kein Taschengeld, sondern Schutzgeld. Platz Nummer 2. Zu Weihnachten wünscht es sich einen Gürtel aus Bomben. Und hier ist das Platz Nummer 1. Top-Anzeichen dafür, dass Ihr Kind kriminell ist. Es hat DJ Tomic spontan zurückgegrüßt. Platz Nummer 4. Die Kim Kriminell ist erinnert. Vielen Dank.